wawarer ladies and gentlemen herzlich willkommen zu einer neuen folge mevolution podcast mein name ist julian pennens mma pro fighter und ich darf heute meinen guten freund almani von der aob crew aus berlin 4 4 neukölln herzlich willkommen mein bruder okay besser einige leute kennen dich auf jeden fall schon ich sag mal so in berlin bist du auf jeden fall ein bekanntes gesicht ich komme auch gleich dazu wo ich dich das erste mal gesehen habe du bist als boxtrainer unter anderem auch aktiv auch ein auch eine thematik die uns beide verbindet worüber wir auch zu sprechen kommen bevor ich jetzt aber weiter um den heißen brei rede gebe ich dem gast natürlich immer die möglichkeit sich selbst kurz vorzustellen zu sagen weil sie sind und was sie machen jawohl gerne erstmal dankeschön für die einladung ich freue mich sehr hier zu sein ja mein name ist almani von der musik-rap gruppe aob der ein oder andere hat vielleicht schon mal davon gehört wir sind aus neukölln hast schon gesagt das eigentlich schon perfekt auf den punkt gebracht wir machen jetzt schon seit einiger zeit musik mehr oder weniger erfolgreich jetzt ist gerade ein bisschen am kommen und ja nebenbei bin ich auch noch boxtrainer nebenbei stream ich auch noch habe meine show die almani show und ja bin noch auf social media ein bisschen hier und da unterwegs ja also eine ganze menge zu tun auf jeden fall für viel zu viel zu tun für für einen jungen aus dem ghetto wie die medien ist dann ganz gerne mal beschreiben ja und bevor wir aber zu den sachen kommen die du heute machst würde mich natürlich und das ist auch ein grund warum ich dich heute eingeladen habe sehr interessieren wie du dein upbringing wahrgenommen hast als ich will es nicht minderheit sagen aber du bist in neukölln groß geworden und neukölln ist ja bekannt als ein bezirk in dem hat viel migration geherrscht hat durch arbeiterviertel etc der der bezirk hat riesige history unglaublich krasse history und in bestimmten bezirken kannst du die history auch immer noch sehen in vielen leider immer leider nicht mehr und ja also mich würde natürlich interessieren wie du das in deinem upbringing quasi wahrgenommen hast wie es für mich war als deutscher unter den kennex mäßig meinst du quasi quasi ja also tatsächlich muss ich sagen glaube ich habe ich genau so diesen jahrgang erwischt wo es nicht mehr ganz so schlimm war also ich habe mich mal mit mit also ich habe mich oft auch mit älteren unterhalten vor meiner zeit war es glaube ich ein bisschen schlimmer da war auch glaube ich dieser rassismus noch größer und dieser alltags rassismus ich weiß nicht ob du es gesehen hast gibt ja diese dokus davon aus neukölln diese alten dokus über wie hießen die da keine ahnung auf jeden fall da über über wutzke allee lippschitz allee und so was was wo noch so ganz altes bild ist und so wo wo denn diese deutschen kids interviewt werden und die sollen raus und so und dann wo noch wo noch die ausländer berlinert haben so weißt du so aus guter zeit die guten alten zeiten und da war es glaube ich noch ein bisschen schwieriger für mich tatsächlich habe ich mich immer relativ gut mit den mit den leuten um mich herum verstanden natürlich natürlich bei mir kommt jetzt noch dazu ich habe keine großen brüder ich habe keine großen cousins ich habe keinen niemanden in meiner kompletten familie der irgendwie schon mal weg frei gemacht hat feuer oder so das heißt ich musste schon alles so ein bisschen auf mich selber nehmen aber ich hatte oder ich habe ich hatte ich habe einen vater der mir der mich gut in die richtung erzogen hat dass ich weiß wer ich bin weiß was ich kann und ich glaube eine sache die die ausländer halt auch immer so gefeiert haben in anführungszeichen ist wenn man wenn man einfach weißt du stabil ist wenn man einfach auch so stolzer deutscher ist was ich auch bin und so jetzt ganz unabhängig komplett weg von diesem rechten zeug und so und und komplett dagegen auch aber trotzdem in dem sinne quasi verstecke ich mich nicht und ich glaube dass eine sache die die leute immer gefeiert haben so und einfach ja am ende des tages natürlich mensch ist mensch und und deswegen ich glaube dass das denken auch dass so habe ich die meisten auch wahrgenommen also es war nicht so ein krasses negatives thema bei mir auf jeden fall hundertprozentig wenn man jetzt als vergleich keine ahnung ich nehme jetzt einfach mal den härtesten vergleich raus der mir gerade irgendwie im kopf einfällt die bronx nimmt ja wo jeder hinziehen kann wenn er das möchte ja also mittlerweile ist ja auch sehr gentrifiziert aber es gibt bestimmte ecken und so weiter wo es halt auch immer noch nicht so schön ist ja dann kannst du dort leben und wahrscheinlich kannst du dort auch gut und sicher leben wenn du dich halt dem erfolge halt anpasst dem ort anpasst und halt dich nicht unterkriegen dass ich sage voll hundertprozentig ich sage auch immer gerade neu köln spielt es gar nicht so eine große rolle was deine nationalität ist also so unter uns unter uns jungs oder auch jungs und mädchen sondern so du bist halt einfach neu kölner weißt du so dass das zeigt sich in der sprache das zeigt sich im verhalten bestimmte werte die du irgendwie hast bestimmte moralische moralischen kompass und so und in meinem sprachgebrauch sind auch hier und da mal denn ausländische wörter mit eingeflossen und genauso wie das ja auch weiß ich nicht bei jetzt bei den hipster passiert die dann englische wörter benutzen oder so also das ist halt so ein bisschen ich sehe das so ein bisschen als so eine bubble wo halt einfach nicht keine rolle spielt wurde her kommst also natürlich ist jeder so ein bisschen da so stolz sein seine nationalität und türken und auch die araber und und auch hier der ein oder andere deutsche wie gesagt aber am ende des tages so sind es alles ein schlag vom mensch weißt du ich meine also so in meiner bubble jetzt natürlich jetzt gentrifizierung du hast schon angesprochen so ein bisschen da kommt dann noch mal ein anderer schlag vom mensch rein aber da gibt es dann eher so diskrepanzen als wie jetzt untereinander wegen nationalitäten ja das hat auch dieses also dieses verdrängungsproblem wie wir es ja in fast jeder großstadt auf der welt haben sondern ist ja gerade in in brenzlauer berg ist schon abgeschlossen so die transformation ist durch aber aber wenn du halt so kreuzberg und neukölln die halt so anguckst dann hast du viele ecken die immer noch so ein bisschen so sind wie früher also wir auch gerne immer noch unsere essen gehen oder wo der kebab keine ahnung unter sechs euro noch kostet das wird auch klar wird auch schwierig ich bin kurz davor den dünner zu boykottieren ehrlich also sobald er die acht euro sobald er die acht euro übersteigt bodenlos auf jeden fall ist schon das welche richtung sich das entwickelt sagt dir ehrlich aber noch mal noch mal ganz kurz zurück aufwachsen in neukölln wie für wie wichtig hältst du es da ein dickes fell sich aufzubauen oder schon von anfang an zu haben hast du schon von anfang an gehabt oder musstest du dir das wie gesagt ich glaube ich hatte das glück in dieser hinsicht gut erzogen worden zu sein man braucht halt dickes fell so kann man es nennen ich würde vielleicht sagen man braucht selbstbewusstsein einfach ja also es ist jetzt kommt halt immer auch darauf an was du für mensch bist ne für mich war es immer klar oder oder ich habe jetzt aus meiner sicht kann ich sagen zum glück den weg eingeschlagen dass ich sage ey ich will der und der mensch sein vielleicht ist es nicht für jeden was immer diesen weg des des widerstands zu gehen ja vielleicht also gerade auch aufs thema ich meine jetzt sind wir erwachsen jetzt ist nicht mehr jetzt muss ich nicht mehr jeden auf der straße schief angucken oder wer guckt zuerst weg und diese filme weißt du ich meine aber natürlich hat man so seine phasen gehabt und hat da so sich probleme geschafft was wo man hätte auch drum herum gehen können aber es hat alles dazu beigetragen so zu dem menschen der ich heute bin und ich glaube das hat mir oft viel geholfen kampfsport hat wie gesagt auch sehr viel geholfen ich habe damals mit taekwondo angefangen seit mit seit dem fünften nebensjahr habe das zwölf jahre gemacht bisschen verschwendete zeit jetzt im nachhinein hätte ich lieber boxen angefangen so ja in der hinsicht danach bin ich zum boxen gegangen das war halt auch immer ein großer punkt und wie gesagt wenn du dieses selbstbewusst wenn du selbstbewusst auf trittst dann wie gesagt einmal trifft sich dann schon gleich mit gleich ja ich war früher in der klasse zum beispiel da war nicht ganz so viele ausländer aber mein nebenklassen waren mehr und meiner klasse waren jungs die sind gute jungs gewesen und und gute freunde aber ich habe halt irgendwann gemerkt das sind nicht die leute die so dasselbe mein zeit wie ich haben die so diesen selben kopf haben diese wenn ich wenn ich mit denen draußen unterwegs bin zum beispiel das mag jetzt vielleicht primitiv klinge aber so da keine ahnung passiert irgendein streit irgendeine geschichte oder so das sind nicht die leute wo ich hundert prozent weiß die stehen neben mir und 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 kämpfen bis zum schluss und das war auch so ein bisschen die zeit direkt nach der grundschule ich kenne die jungs war schon teilweise länger teilweise sogar aus dem kindergarten aber das war dann so der punkt wo ich denn so bei aob rein bin damals war es noch nicht ganz aob so wie es heute ist aber wo ich denn quasi mehr mit den leuten war als wie früher ist man ja viel mit den leuten einfach deine clique die sich da die sich da so rauskristallisiert genau genau habt ihr habt ihr zu der zeit auch schon irgendwie angefangen mit musik zu rum zu experimentieren ich tatsächlich gar nicht bei mir war das sehr spät banks hat damals schon angefangen gehabt genau einem anderen auch sripo damals ich weiß nicht ob die sachen noch online sind könnte man mal suchen das waren so die ersten der macht heute keine musik mehr genau also eigentlich hat nur bank schon damals angefangen ich glaube haki hat parallel nicht und da unter aob angefangen hat auch schon mal hier und da was gemacht wegen seinem onkel der rison aber sonst bei mir kam das relativ spät das ist ja auch bei uns das ding so wir haben uns ja nicht für musik so zusammengefunden sondern wir waren vorher schon so wenn man es nennen mag oder so oder familie halt für wie wichtig hältst du diese familie die du da aufgebaut hast oder diese familie die sich dort gefunden hat für wie wichtig hältst du dieses ereignis für dein upbringing in den nächsten jahren sehr 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 wichtig ich muss mich ganz kurz einmal entschuldigen ich glaube ich kann mich wahrscheinlich komplett nasal an die die polen habe ich komplett gedribbelt heute ich hoffe es erträglich ja wie ich für sehr wichtig auf jeden fall 100 prozent also weil bei uns war es ja auch so oder man hat oft so sein ein besten freund oder seine ein zwei besten freunde bei uns wir hatten das glück dass wir irgendwie so jungs waren die zusammengefunden haben die alle so dass das selbe ziel hatten so weißt du und dasselbe das selbe mindset und dasselbe ziel und auch den selben ansatz dieses ziel zu erreichen ja auf dem selben weg so keiner keiner verkauft den anderen und und loyalität und zusammenhalt steht immer so an erster stelle und entweder wir schaffen es alle oder gar keiner ja auf den einen oder anderen weg und ja das hat ein so eine gemeinschaft stärkt ein immer ja der mensch ist dafür gemacht dass er wieder so so eine gemeinschaft hat ist das gibt ein immer gutes gefühl ja wenn man sich so geboren fühlt sag ich mal vor allem wenn man schafft sich gegenseitig zu pushen sondern das ist ja auch immer dieses 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 typische ding so ich schaue mir deine freunde an und ich sagte wer du bist so nach dem motto da muss man sich natürlich aber einen wirklich guten kreis aussuchen weil vor allem wenn es halt alles quasi deine besten freunde sind weil man gleicht sich an oder man zieht sich halt runter sondern das ist halt das hat auch der der trugschluss bei uns kann ich jetzt mit meinen 30 jahren sagen ist es zum glück nicht so gewesen aber bei den meisten geht ja sowas eigentlich fast immer kaputt ja also ich habe mir so viele leute geredet die meinten ja so und wir waren auch so wie ihr und bei euch wird es auch passieren ja ist es bis jetzt zum glück auch noch nicht und ich sage wir haben jetzt auch die schlimmsten wie sagt man die schlimmsten probleme hinter uns ja die 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 schlimmsten kriege geführt aber bei den meisten also was halt sehr selten und deswegen ich bin da schon sehr sehr glücklich drüber was wir haben vielleicht haben wir jetzt noch nicht diesen riesen erfolg aber wir sind wenigstens immer noch mit den leuten von damals so und und natürlich gab es hier und da auch leute die jetzt weg sind von uns aber so der kern ist immer noch da und meistens geht halt sowas zubricht halt sowas das deswegen ist ja ist sehr klar irgendwann sage ich mal können sich ja auch die interessen so ein bisschen scheiden und ich meine das ist ja auch beim kampfsport ist ja eins zu eins so dass du nicht mit allem mit dem du anfängst den weg halt weiter gehst also wenn ich mir überlege so mit wie vielen leuten ich dem boxsport zum beispiel angefangen habe so und von dem box hat keiner mehr beim mma waren wir halt auch so eine riesen truppe und ich glaube ich meine ich habe jetzt auch seit anderthalb jahr nicht gekämpft aber die einzigen leute von den 20 leuten die meine trinkspartner waren so sind zwei leute übrig geblieben heute noch kämpfen also ist es mit trainer bei dir wie oft also ist es da so dass du noch immer so diesen ein trainer hast der sich denn die ganze zeit begleitet oder ich sage dir ganz ehrlich ich wünschte ja ich wünschte so stellt man sich immer vor so canelo mäßig der trainer und dann aber das ist das ist ein luxus den nicht jeder hat und wir bei uns bei uns gab es digga bei uns gab es so viel stress ist es denn auch weil es um geld geht schon oder weiß ich nicht will ich jetzt auch nicht zu tief reingehen aber es sind halt so überwerfungen und unnötige streitereien die dann dazu führen dass dann sich dann zwei oder drei camps bilden weißt du dann bist du mit dem einen aber mit dem anderen kannst du dann eigentlich nicht mehr und es ist halt so es hat eine sehr beschissene situation hat einfach nur für mich war halt einfach so als dann für mich so head coach weggebrochen ist so seitdem bin ich halt so schon seit mehreren jahren so bin ich so oft beim einzelkämpfer modus und ich gehe hier in meinem box und ich gehe da noch und kickboxen zum grappling und so und ich muss dazu aber auch sagen ich bin aber auch sehr eigen ich bin sehr eigen ich meine ich mache den sport ist auch schon sehr lange und ich weiß du weißt was ich weiß was ich weiß auch was für leute ich brauche und deswegen ist für mich zum beispiel auch sehr schwer heutzutage einen head coach aus wo ich sage okay weil am ende des tages geht es einfach darum oder ich lege dem mein leben die vertrauensfrage ich lege dir mein leben weißt du weil wenn ich in das oktagon gehe so der nächste nacht der mein leben in der hand hat ist der referee der im cage ist und der mich dafür sorgt dass nachdem ich ko gehe mein gegner weiter auf mich auf mich einstieg mein schädel zu brei schlägt das ist so eine vertrauensfrage wo ich individuell für mich da muss ich ja auch sicher fühlen total also bei mir ist immer so das erste indiz immer gewesen so wenn wenn ich so eine richtig krasse verbindung zum trainer hatte dann habe ich alles im käfig ausgeblendet nur seine stimme gehört krass und sobald aber irgendwas off war ob jetzt mit der person oder auch bei mir selber so dann war ich dann habe ich das publikum gehört und ich stehe da bin so ich war mein coach nicht so kann man mal sehen was das macht im unterbewusstsein also das ist für mich immer so wenn ich so geguckt habe so ob es es canelo war oder mike tyson oder wie sie alle heißen alle groß alle großen größen die haben alle diesen einen coach ja mann der ist wie mein vater der hat mich großgezogen dies das sehen ist ich sag mal so realität meistens anders realität ist meistens anders weil du musst halt auch sehen hier in deutschland konntest du bis zuletzt mit dem sport auch überhaupt nicht leben sondern die meisten trainer den boxverein trainings gegeben haben haben von was 60 euro jahresbeitrag gelebt weißt du was ich meine das haben die hobby mäßig gemacht die meisten box trainer waren bauarbeiter oder waren taxifahrer oder haben irgendwelche anderen waren oder waren polizisten und haben abends dann uns stümpern hat box training gegeben und mma ist ja noch noch weniger da gerichtet ich habe mir ist ja noch weniger da gewesen so und deswegen ich denke das wird sich jetzt mit der zeit jetzt ändern jetzt mehr geld im sport das war ich war ich war heute im neuen spitfire-gym gewesen und habe geholfen die haben neu irgendwie aufgemacht ne alter das ding ist krass das größte jim europas das sind lass mich lügen über 3000 quadratmeter ich bin heute gewesen dicker riesige mattenfläche ist schon offen also ich habe jetzt gehört also der podcast kommt in zwei wochen raus aber dann von da aus ich glaube in drei wochen also mitte mitte ende juli soll es dann aufmachen dicker und dann gibt es noch so ein extra wellness bereich mit eisbaden sauna mit riesigen tresen dicker wo du irgendwie den leuten beim sparring machen zugucken kannst also ist geisteskrank es wird viel für den sport gemacht und dadurch dass es halt auch viel mehr sporten geld im sport liegt und viel mehr medienaufmerksamkeit und so glaube ich und sehe ich hat auch an den amateuren heute dass die viel mehr möglich viel mehr möglichkeiten genauso wie ja auch musiker heutzutage viel mehr möglichkeiten haben zu der zeit wo ihr mit dem was aber auch immer heißt dass es immer mehr musiker gibt ob gut oder schlecht ich weiß nicht wie wie krass das beim kampfsport jetzt auch greift da bist du mehr drin so dass er eigentlich da ist glaube ich ein bisschen mehr je mehr kampfsportler desto besser eigentlich oder bei rap ist es immer so weiß ich nicht da bin ich immer so ja ist geil aber jeder kommt jetzt einfach um die ecke und fängt an zu rappen so das gleiche passiert beim kampfsport gerade auch jeder fängt gerade mit dem kampfsport an jeder ist jetzt gerade der nächste connor mcgregor und dies und das und jenes und so weiter also wenn ich draußen ich sehe das manchmal wenn ich rumlaufe sich ein paar jugendliche mit den ufc shirts und wir nehmen sich halt wie sonst was so und dann bin ich wenn wir uns so benommen haben draußen unser trainer hat das mitbekommen vorbei du hast du auf die schnauze also so draußen irgendwie stress machen oder sowas und das ist halt jetzt glaube ich dadurch dass halt die masse auch wieder mehr angezogen wird so kommt halt auch so wie bei allem was halt irgendwie kommt hat irgendwann das gesündel dazu bei musik hast du das halt genauso sondern die die leute die als musik über die falschen dinge machen über zu viel politik machen und einfach nur für den streit halt da sind sonne und ihr wart aber nicht für den streiter sondern ihr wart dafür da so ein bisschen eure truppe halt voranzubringen hast du schon gesagt dieselben ziele gehabt dadurch dass ihr damals oder du damals noch nicht musikalisch warst was waren es für ziele einfach nach oben kommen die vorstellung die ziele ja also schon nach oben kommen also das erste ziel war erst mal überhaupt dass wir eine gemeinschaft sind und irgendwas schaffen wollen diese musik war natürlich so dieses hauptding weil das schon da war so aber wir haben uns auch in vielen anderen sachen also wir haben natürlich auch man war noch jünger man hat auch hier und da bei illegale sachen gemacht und in diese richtung aber es war erst mal so dieses ding wir wollen zusammen was schaffen und dann hat halt diese musik immer mehr anklang gefunden dann haben wir irgendwann auch gesagt dann haben wir chapo mich dazu geholt die die später dann gesagt haben ey ich wollte ursprünglich gar keine musik machen für mich war das immer so ich habe hier und da mal texte geschrieben aber ich war so ja weiß ich nicht so ist nicht so meins so ich bin im hintergrund oder ich mache irgendwas anderes in die entertainer richtung oder so aber da habe ich gesagt es wäre doch geil wenn so wie eine richtige gruppe sind so weißt du natürlich auch so gab es auch einflüsse von von außen natürlich so 187 war damals sehr sehr im kommen und sowas und ich werde mir jetzt nicht sagen dass wir es dem nachmachen wollten oder nachgemacht haben aber so es war schon so unser film ey wir sind wir sind eine gruppe wir sind eine gemeinschaft so und wir wollen es auch nach außen hin zeigen so wir wollen auch nach außen hin zeigen wer wir sind so und nicht nicht so krass dieses einzelne und dann haben ich habe und ich mitgemacht und dann waren wir sechs leute damals hier gerappt haben und ich glaube das war auch so ein so ein ding warum es auch mit funktioniert hat weil es gab so sechs verschiedene charakter weißt du und die leute haben sich das angeguckt und haben vielleicht den einen nicht so gefeiert und den anderen mehr gefeiert und haben sich dann gedacht ey aber geil ist eine bunte mischung so auch nationalitäten eine bunte mischung weißt du es gibt araber dabei türke dabei pole dabei deutscher dabei so für jeden was dabei weißt du mäßig und das war so ein bisschen das was uns immer glaube ich so ein bisschen abgehoben hat von den anderen halt dieses gruppen ding so was ja auch so voll viel diversität mit sich da reinbringt also auch im endeffekt am ende des tages ja auch mit bestimmten klischees aufräumt dass diese leute alle immer nur untereinander und kinder sich rumhängen und so weiter und ihr zeigt halt dass es halt eben nicht so ist das halt aus neukölln eine gemeinschaft kommt oder nicht nur nicht nur ihre gemeinschaft sondern es gibt so viele andere gemeinschaften ich meine wie viele von allen möglichen nationalitäten freunde habe ich mit allen möglichen hautfarben so und wir machen keinen unterschied untereinander genau das ist das was ich meine du bist oder wir waren wir haben uns als neuköllner dann gesehen einfach weil es so egal wer von wo kommt so sollte man es ja sowieso sehen wie ich schon meinte mensch ist mensch am ende sollte man da gar keinen wert irgendwie drauf legen wer wer welche nationalität hat aber bei uns war das halt wirklich dieses dieses neuköllner ding so wir sind neuköllner einfach wir halten die fahne für neukölln hoch nicht für irgendwie was weiß ich nicht die wir bleiben da unter uns und die bleiben da unter sich und das das war immer eine sache wofür ich halt neukölln sehr geschätzt habe weil ich weiß nicht also ich sage jetzt neukölln zwar bestimmt kreuzberg auch so und vielleicht ein wedding und wo auch immer aber das war eine sache die ich in diesen wie die medien das sagen in diesen brennpunkt bezirken immer quasi sehr positiv gesehen habe so dass das eine eingeschworene gemeinschaft ist du kannst es ja nicht erlebt haben oder kannst du nicht großartig darüber sprechen weil du kannst nicht darüber großartig sprechen wenn du es nie erlebt hast wenn du nie dort war ich meine ich sag gut und gerne immer es kommt natürlich immer darauf an es ist immer situationsbedingt sondern aber es gibt eigentlich in berlin nicht wirklich ecken wo du angst haben muss dass dir großartig irgendwas passiert wir sind hier nicht in new york oder so genau wir sind nicht in der bronx und also es ist tatsächlich schon ich würde sagen so es ist schon sehr sicher obwohl uns die medien natürlich ein bisschen was anderes suggerieren mit den ganzen so was wo ich was ich nicht schön reden will sondern diese ganzen sache sachen passieren es kommt halt immer drauf an es kommt halt immer darauf an was du als sicher und unsicher definierst du kannst auch in zählendorf in der in der keine ahnung dunklen ecke irgendwie abgezogen werden und du hast natürlich wenn du am kottiland läufst oder keine ahnung in neukölln an den ecken ist da siehst du natürlich mal eine drogenübergabe vielleicht und du siehst da mal ein paar paar kennex an der ecke stehen und so weiter aber das das ist jetzt nicht das würde ich jetzt nicht als unsicher definieren ja das ist genauso sicher wie am alexanderplatz vielleicht weiß ich meine wahrscheinlich sogar sicherer aber am alexanderplatz sind die ganzen schabab die die turis noch abrücken wollen und so weißt du also das ist so das ist schwachsinn da das irgendwie auf bestimmte bezirke zu beziehen so die gesamtkriminalität dass wieder eine andere sache die denke schon sind in diesen diesen bezirken wahrscheinlich höher aber jetzt so dieses sicher unsicher ist immer eine ganz schwammige sache so ist ja auch sowieso immer dass das ja kriminalität ich hatte auch einen sozialarbeiter auch schon eine kriminalität eigentlich tatsächlich nicht wirklich eine sache der abstammung ist geschweige denn das wo du herkommst sondern eher in welchem stand du dich befindest unterer mittelstand arm zu sein auf stütze zu leben und so weiter und so hast du halt den einen in hellersdorf und den anderen in neukölln eben als keine ahnung in zweiter generation oder dritter generation schon auf stütze leben und einfach die schnauze voll von diesem leben halt quasi haben und dann versuchen sich halt irgendwie anders zu verhelfen weil es drumherum ja nicht wirklich anders vorgelebt wird und das ist halt das hat so diese einzige sache so ich finde halt so community bezirke deshalb immer eine sehr geile sache man muss halt irgendwann trotzdem versuchen zu gucken über den tellerrand auch da hinaus zu schauen weil ich kenne das was ja auch gerade gesagt ich komme aus der köln 44 und so weiter nur und dieses dieses stolz auf den bezirk sein er ist so ein berliner ding 65 35 36 61 also da werden so viele unterschiede gemacht obwohl wir ja gar nichts mehr damit zu tun haben eigentlich original bezogen ob es jetzt die alten postleitzahlen sind und so aber trotzdem so ist das halt so ich habe damals irgendwie vor und seit elf jahren eigentlich eigentlich wenn ich ganz ehrlich bin in mitte aber wenn du fünf minuten aus meiner haustür rechts raus gehst bis zum kreuzberg ja ein kumpel von mir einer von den älteren von kotty meinte damals müssen oder du bist kreuzberg 36 und ich war so anfang mit 20 ich war so voll stolz auf jeden fall schon so ein bisschen so ein bisschen stolz darauf ist auch ein bisschen schwer zu beschreiben stolz dass ein bezirk zu sein weil das kommt nämlich mit einer nächsten sache einher die mir aufgefallen ist ich hätte dadurch aber auch richtig viel ja weil ich mich daran erinnere wie es früher war und wie cool und wie günstig und wie dies und das und da wo jetzt keine ahnung der geile falafel laden war dass jetzt ein englischer bücher kaffee store wo ein kaffee fünf euro kostet und ich hole mir einen kaffee dort und fack mich dann ab und so holst du den kaffee trotzdem ich hole mir den kaffee ja voll nehmann man hält sich ja oft immer an diese typischen früher war alles besser und so und einiges war bestimmt auch früher besser aber ja manches ist auch jetzt besser wobei ich beim kaffee für fünf euro natürlich muss man schon gucken für acht euro das ist eigentlich so keine ahnung wenn dir das damals irgendjemand gesagt hätte du wärst doch auf den losgegangen und da apropos losgegangen das ist das was ich am anfang erzählen wollte wo ich dich das erste mal gesehen habe mal abgesehen von dem sonnenallee song den ihr gemacht habt so den ich sehr geil fand den ich nach wie vor in meiner playlist habe danke danke gab es da einen auftritt ich glaube es war ein auftritt von saeed wo irgendjemand auf die bühne gesprungen ist halt nicht hype culture man culture clash ding genau genau wo dieser typ auf die bühne gegangen ist und einen von von euch geschubst oder angegriffen hat oder irgendwas ja das war das war kein auftritt von uns tatsächlich oder doch saeed ist da auch aufgetreten aber es gibt ja das war diese red bull gibt es einmal diese clash die die machen wo so rapper gegeneinander antreten oder da an dem tag waren das so vier beat kollektive die gegeneinander angetreten sind und wir waren damit bringt sinatra und dem sein die kollektiv betty ford boys hießen die damals und ja was willst du wissen also wir haben ja wir haben ja vorhin wir haben ja vorhin darüber gesprochen wie wichtig es für manche 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 menschen ist freundes zirkel zu haben eine bruderschaft zu haben und so weiter ich sag mal so ich hab das auch ich hab so drei kumpel zu das sind so meine engsten jungs und ich weiß wenn ich um zwei uhr morgens anrufe weil ich ein problem habe weil ich nicht weiß wo ich schlafen soll oder weil ich das geld habe so ich weiß die sind und eine stunde später spätestens in die von der türen sagen okay dicker kommen die wo was wichtig und sowas ist wichtig und ich weiß dass viele leute das da draußen nicht haben ja und dementsprechend halt auch nicht verstehen wie das ist ist auch gar nicht kennen ist auch gar nicht kennen aber sich versuchen sollten darum zu bemühen so etwas aufzubauen denn vertrauen menschen zu haben ist wie eine beziehung zu haben mit deinem partner was auch immer ist halt zu sagen okay dicker so ich mache meine augen zu und ich weiß dass mein kumpel neben mir steht und es gab diese situation wo einer von euch angegriffen wurde und der erste der dann da reingesprungen ist sondern bis dann du und dann halt deine freunde zu verteidigen und die situation hat mich damals so ich war so okay also die jungs und stabil das war meine erste reaktion also die jungs und stabil nicht weil ich gewalt in irgendeiner art und weise gutheißen will es sei denn sie sportlich bedingt einfach die situation dass man das nicht mit dir machen kann nicht mit euch machen kann so weißt du das ist so leute nehmen sich heutzutage oder leute nehmen das schon immer nimmt sich so viele sachen raus disrespektvoll gegenüber leuten zu sein kein respekt zu zeigen und so weiter und das ding ist halt so wir sind ja mehr oder weniger vom einschlag sondern wir haben respekt von unseren eltern beigebracht bekommen so wir haben respekt vor älteren wenn wir in raum kommen wenn wir in raum kommen wir sagen hallo begrüßen wir machen niemanden runter und versuchen füreinander einzustehen wenn es halt probleme gibt das ist halt so eine situation wo ich halt gesagt habe so ey das ist wichtig so jemanden zu haben der den rücken deckt und die situation kann dich hat auch irgendwann mal treffen und deswegen ist halt wichtig für mich hat da zu wissen oder was heißt zu wissen oder vielleicht einfach interessant für uns da auszutauschen wie man solche freundschaften auswählt und wie man an menschen erkennen kann ob sie loyal also erst mal ich glaube das wichtigste dafür ist um sowas zu kriegen oder zu haben musst du erst mal selbst so sein du musst erst mal selbst so diese hundertprozentige loyalität geben weil was viele auch immer vergessen sowas natürlich gut aber loyalität ist auch schwer es ist es bringt viele weil du hast gerade angesprochen so du kannst auch der sein der der nachts um zwei angerufen wird und dann da sein muss zu seinem bruder also das das ist wirklich schwer ein bruder da zu sein bedingungslos ja also bedingungslos jetzt in anführungsstrichen am ende des tages wenn er jetzt keine ahnung egal ich will jetzt keine eklavten beispiele sagen also weiß worauf ich genau wenn es schlimme dinge sind so dann so oder gibt's grenzen auf jeden fall nee aber du musst erst mal das alles mitbringen und das alles wie gesagt in anführungszeichen bedingungslos machen und das ist schon mal eine sehr große sache umso größer ist dann natürlich die enttäuschung wenn du so jemanden hast der das denn nicht zurückgibt ja gute frage wie du das raus findest einfach durch also ich glaube da gibt es keinen anderen weg als wie wenn das auf die probe gestellt wird da gibt es keinen anderen weg wie zu gucken wie in solchen situationen wer wie da ist wir haben damals wir haben das aob ding damals war das eher lose wir waren zum freundeskreis so der kern war da aber wir haben nie gesagt das sind mitglieder das sind nicht mitglieder und dann gab es einen tag da gab es einen streit da gab es einen streit wir gegen irgendwelche anderen und so und wir wussten das sind jetzt auch keine opfer so das so war wirklich okay wir wussten jetzt wird es knallen so und dann haben wir gesagt okay wir rufen jetzt alle an so wer ist da wer ist nicht da und der eine konnte nicht und der so und bla und dies das und paar waren da paar nicht hatten gute ausrede waren arbeiten oder so aber es gab auch den ein oder anderen wo nicht klar war so dann war da keine ahnung das eine handy aus aber das andere arbeitshandy war an und egal ich werde jetzt nicht ins detail gehen aber wirklich sachen wo wir dann gesagt haben okay nach dieser geschichte also ich weiß gar nicht mehr dazu nicht geknallt oder doch oder wir haben es dann mit älteren glaube ich getroffen und die die hätten uns auseinandergenommen die meinten hey krass dass ihr hier seid so ihr kleinen pister und so krass so respekt aber auf jeden fall haben wir danach für uns gesagt ey wir müssen jetzt jeden einmal sagen dieses ding ist jetzt kein spaß mehr wir wollen das jetzt durchziehen so bist du komplett drin oder komplett draußen so bist du wenn weil wenn du komplett drin bist dann bist du sowieso bist du unser bruder aber dann stehst du auch für dieses aob ding dann lässt du auch kein über aob schlecht reden in der öffentlichkeit über den namen an sich und du bist immer immer sowieso da nicht nicht nur weil du ein bruder bist sondern auch du musst auch fahne denn zeigen weißt du ich meine also so wir haben das schon sehr streng in diese club richtung versucht so gang culture genau 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 und haben das so gemacht und so war das seit unser unser aus wie sagt man spreu vom weizen trennen so unser ausschlussverfahren weil paar einfach auch gesagt haben so du bist trotzdem mein bruder aber ich führe das ganze ding nicht so krass und so und und ist dann draußen was auch vollkommen okay war aber so wurde es denn für uns halt einfach klar getrennt so heute natürlich also es ist jetzt nicht anders groß anders aber heute ist jetzt auch nicht mehr wir sind jetzt wie gesagt man ist erwachsen man hat ja man geht ja auch den meisten streit zum glück aus dem weg aber das war für uns damals eine wichtige sache zu sehen einfach wer da ist und und wer nicht da ist und dass man das auch klar klar trennt differenziert in unserem speziellen fall war es jetzt so wie gesagt dass wir dass wir das schon hatten wie es jetzt für so einen normalen menschen das ding ist ich glaube das vorhin so ein bisschen auch angeschnitten viele leute kennen das nicht und weil sie das nicht kennen denken sie auch nicht dass sie es brauchen ich glaube viele leute sind haben sehr oberflächliche freundschaften weißt du die sind sehr so ja ich habe voll viele freunde ich bin mit dem gut dem gut dem gut die wissen aber oder wenn man die fragt ja was ist so und so wissen die ja wenn ich den nachts anrufe oder wenn ich den sage da stehen drei leute vor meiner haustür und so natürlich kommen die nicht aber brauche ich auch gar nicht bin gar nicht in der situation und dies und das also so das ist so ein bisschen was so ein bisschen ausstürzt so diese werte die wir haben und und dieses natürlich wir sind ja auch wir sind ja wusste menschen und 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 friedlich lebende menschen wir wollen es ja auch nicht aber es kommt halt hier und da mal im leben zu diesen situationen und kommt darauf an ob du mit dir selber ausmachen kannst dass du in dieser situation jetzt abkackst ja ob du das mit dir selber ausmachen kannst oder ob du sagst kann ich nicht und dann brauchst du auch so leute um dich rum und für viele ist das glaube ich leider gar nicht so wichtig denken sich ja gut dann lasse ich mich lasse ich mich da halt beleidigen und dann lasse ich mich dann renne ich halt mal weg und so und und deswegen legen die auf sowas nicht so viel wert und das ist halt eine sache die ich immer mehr beobachte dass leute das gar nicht so ganz kurz eine geschichte zum beispiel damals in meiner ausbildung ich habe eine ausbildung gemacht war ganz schlimm groß und außenhandelskaufmann in einem betrieb ich habe in so einem betrieb gemacht die haben dünger verkauft ja und die haben die haben dünger an zu bauern in deutschland verkauft die waren alle keine berliner unternehmen war aber in ostberlin hellersdorf irgendwo war ganz ganz schlimm war ich will gar nicht zu tief reingehen die war also ich als deutscher habe da rassismus erfahren so weißt du also natürlich nicht willst nicht klein reden habe ich nicht aber so die waren so auf den auf den ja wir wollten man jungen aus neukölln die chance geben und die stars und bla und ich war so her was für chance auf jeden fall lange rede kurzer sinn da gab es auch mal irgendwie eine geschichte wo ich da war eine sache mit meinem kleinen bruder ich habe einen sechs jahre jüngeren bruder und dem ist was passiert ich glaube der war irgendwo mit seiner schule bei irgendeiner erinnerung und da hat irgend so ein lehrer oder dieser aufseher von dieser erinnerung hat ihm eine schelle gegeben und für mich war so keiner keiner gibt meinem bruder eine schelle sowas geht nicht und erst recht nicht irgend so ein lehrer typ sonst was und dann war gab es diesen einen tag wo der wo der da sein sollte und ich meine ich gehe dahin diese schelle kriegt er zurück so und irgendwas war ich kenne nicht mehr die genauen umstände aber auf jeden fall war das damals meine ausbildung so dass ich nach der schule hätte in den betrieb gemusst und denn ich gegangen bin wegen dieser sache und hin und her und auf jeden fall hatte ich in dieser ausbildung ein vertrauten und offiziell habe ich den leuten ja erzählt nee nee ist irgendwas anderes gewesen und diesen ein vertrauten habe ich dann erzählt wie das wirklich war das mein bruder und dies das und ich dachte mir voll so der hat voll so dieses ja kann ich verstehen und so sieht es auch so ja dein kleiner bruder natürlich und so verstehe ich aber für den war das so voll so hä was du kannst doch nicht nur nur weil es um deinen bruder geht du kannst doch nicht nicht kommen und so der hat es nicht verstanden und er hat es den anderen auch erzählt und ich glaube am ende kam es auch irgendwie raus und es war für die alle voll so dieses ding und ich habe den den dann gefragt wenn jetzt dein wenn dein kleiner bruder hatte auch einen kleinen bruder wenn der du jetzt einen angerufen von ihm kriegst und er sagt ey hier stehen keine ahnung drei vier leute die wollen mich kaputt schlagen und so fährst du denn nicht hin und so und sagt er mir ja nö weiß ich nicht nee warum sollte der in so einer situation sein egal ist einfach diese situation jetzt wird es nicht hinfahren mit ihm helfen und da sagt er hier wahrscheinlich nicht und so und ich war schockiert und das mir so auch zum ersten mal mit so klar geworden sind nicht alle menschen so und das ist krass also das ist ja schon extrem beispiel so obwohl ich auch dazu sagen muss ich würde mal sagen keine ahnung ob das heutzutage auch so ist und so weiter wenn sich jüngere leute den podcast angucken also jüngere alle so um 18 bis 25 jahre bereich ich vermittel voll die falschen dingen aber mich interessiert nur ob wir sind so die ich sag immer ganz gerne wissen die so die letzte generation der gang bildung ja ich weiß nicht ob die heutzutage noch gangs und graffiti gangs und dies und das noch gründen kann sein aber damals war es bei uns extrem jeder hat eine gang egal ob die nur zu zweit oder ob die zu 20 jeder hat eine gang gehabt so bei uns war es viel halt so graffiti und ein paar schläger gangs und sowas aber es war im endeffekt ging es darum eine gemeinschaft haben alle haben die gleichen interessen und so weiter daraus haben sich dann meistens dann irgendwann so die richtigen freunden risk rauskristallisiert weil natürlich wenn du in so einer gang bist mit 50 leuten sind nicht alle koscher von alter dann merkst du natürlich wer wann wo da ist und wo wo es er bröckelt bei wem wie gemeint dieses ausschösser von was mir hat aufgefallen ist dadurch dass ich halt auch teil dieser gang kultur wo es halt in meinem fall mehr um sachbeschädigung durch graffiti und sowas ging da bei vielen anderen mehr um andere geschäfte und um gewalt und was auch immer ist mir hat aufgefallen dass viele aus dieser riege heutzutage die vernünftigsten leute sind die du treffen kannst ja weil ich sag mal so ich würde mich niemals irgendwo hinstellen und sagen so okay ich bin jetzt da und da oder krass oder sonst gewesen so wirklich gar nichts sondern da gibt es gibt es ganz andere leute aber ich denke dadurch dass man viele sachen gesehen hat mitbekommen hat und zwangsläufig ja auch da wo du umgehangen hast und das was wir als cool empfunden haben wo wir aufgewachsen sind dass wir das gesehen haben und da aber irgendwann auch das ist es nicht das kann es doch nicht sein also das ist ein sehr guter punkt wenn du also keiner will das ja wenn du eins zwei drei vier fünf sechs mal diese wirklich so streits schlägereien was weiß ich einzelkämpfe waren früher viel und so eine sache mitgemacht hast dann merkst du okay das ist gar nicht cool so das ist am besten wäre sowas passiert nicht ja am besten wäre so das hat nichts damit zu tun dass es irgendwie irgendwie natürlich hat es mich zu dem gemacht der ich der ich bin so aber so jetzt sage ich ich hoffe sowas passiert mir nicht ja weil das hat immer einen bitteren nachgeschmack ja das hat immer du fühlst dich danach nicht toll vielleicht fühlt sich toll wenn du mal gewonnen hast und das muss es aber auch so sein dass du hundert prozent im recht was uns auch um was ging das wert ist sich zu schlagen und das ist es meistens nicht das ist meistens leider nicht gewesen und so ist es einfach nur kopfschmerzen und stress und je älter man wird und die älter ich auch werde merke ich ich will gar nicht mehr diesen stress und ich bin durch dieses rap ding natürlich und und weil man ja noch in derselben gegend ist kommt es hier und da mal wieder so zu sachen also auch seltener bei uns aber es kommt man dann schreibt der mal einen kommentar den man jetzt kennt und so bei den meisten sollte man eh nicht darauf eingehen aber wenn es denn jemand ist den man kennt und dann muss man telefonieren und dann so und dies und das und hin und her und dann denke ich mir gar keinen bock auf diese kopfschmerzen so gar keinen bock so das einzige was halt bei uns noch ist so wie gesagt wir haben noch diese werte bei manchen sachen muss man einfach seinem mann stehen und da ist es unausweichlich aber so wenn ich mir wünschen könnte dann würde ich es immer verhindern immer immer den weg des nicht streitens gehen und des friedens es gibt manchmal gibt es so situation so jetzt eine kleine story von mir oder gewalt nicht aus dem weg gehen kannst weil wir jetzt gerade viel sehr viel darüber gesprochen haben so gewalt und schlägereien und das und das so ne und es gibt natürlich sehr viel unprovozierte gewalt zum beispiel wenn das türsteer arbeitest weil du hast einen standort dort arbeitest du dort kriegst du deine summe x stundenlohn diesen ort kannst du nicht verlassen genau das heißt also wenn du um 0 uhr anfängst und bis 12 uhr mittags arbeitest bist du zwölf stunden lang dort festgesetzt wenn um ein uhr morgens streit mit irgendjemanden hast und der um 5 uhr morgens entscheidet mit seiner familie zurückzukommen oder mit seinen 20 kumpels die wissen wo die dich finden die nächsten zwei stunden und ich habe tatsächlich mehrere aber eine sehr signifikante situation erlebt wo ich an der tür gearbeitet habe mit fünf kollegen von mir und das war auch in einem bekannten techno club hier in berlin und wir haben halt von 0 bis 12 uhr mittags halt gearbeitet und waren halt irgendwann so fünf uhr morgens oder sowas schon langsam hell geworden war auch im sommer und dann kam eine gruppe schweden holländer sowas aber tot besoffen tot besoffen fünf uhr morgens kommen die kommen die zu viert kommen nach vorne und das sind aber so eine schränke ich mir aber keine sorgen gemacht weil wir waren zu fünft ja das sind vier schränke aber wir sind fünf türsteher ja und ich wusste das auf jeden fall zwei oder drei davon auf jeden fall kampfsport machen und zwei andere davon waren auch so mit tattoos und breit und dies und jenes und dann kommen die typen bla 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 kommen nicht rein dies und das so wie die rausgeschmissen die draußen vor der tür barm rumkrakeelt gegen die tür getreten dies und das und dann kamen die über den eigenen wieder zurück gerannt brüllend wirklich so einer auch mit zum mit so einem holzstock und so weiter auf und zu gerannt und so weiter und die wollten uns richtig geben und ich habe so und immer also kennst du das dann so kurz bevor es losgeht so kriegst du magen bist du so alles wird schnell bist du so fuck und dann dachte ich mir halt auch so guck mal ich bin so eine eine sache so ich bin fighter ich habe keine angst vor niemandem aber wenn vier besoffene schränke auf mich zu rennen so immer in dem moment war ich so faktik das wird immer wer da sagt also es gibt bestimmt so kranke leute den den es gefällt aber wer sagt ihm macht kämpfe ich meine und ich rede jetzt nicht vom sportlichen kämpfen ich rede jetzt wirklich vom kämpfen auf der auf der straße spaß kann ich also entweder bist behindert so oder es kann nicht sein macht keinen spaß einfach es ist auf jeden fall ich drehe mich um um zu gucken okay alter ich hoffe die jungs sind ready und wir sind nur noch zu dritt nein zwei sind abgehauen einfach ich sage wo sind die wo sind diese dicker keine ahnung keine ahnung komm scheiß drauf und wir sind reingesprungen und haben das ding dann halt ja gelöst und eine halbe stunde eine halbe stunde gebe ich den nicht aber okay eine stunde später oder halbe stunde später kommen die beiden kollegen nach vorne also auch ein bisschen die blaues auge gehabt ja ich bin auf runde gegangen ich musste pissen hast du nicht gesehen wie die gekommen sind das habe ich nicht mitbekommen habe ich nicht gesehen so viel zum thema so du musst dich um die leute um dich herum verlassen ja auch verlassen wichtig auf jeden fall noch mal zur musik zurück du hast selber mit dem rap angefangen und ich hatte jetzt auch schon ein paar musiker hier und so sage ich mal in kombination mit der gemeinschaft der gruppe und dem wo ihr herkommt und so weiter habt ihr dennoch ja ne rap schiene umfasst die sage ich mal jetzt nicht so in die klick klack super gangster schiene reingegangen ist sondern ihr habt auch viel text mit sinn viel text mit hintergrund und so weiter und deswegen würde mich natürlich interessieren so was sind die dinge die du deine musik verarbeitet verpackt oder mit gibst anderen menschen also ich finde halt authentizität ist halt so ein ganz ganz großes thema deswegen haben wir jetzt nie gerappt von so diesen ganz krassen sachen so weil wir sind natürlich sind wir nicht ohne aber wir sind doch nicht die die heftigsten mafia irgendwas so wir sind einfach straße so wir sind in der hut aufgewachsen in neukölln so und man hat sich irgendwie so durchgedribbelt und darüber haben wir auch immer gerappt ich merke bei mir persönlich dass je älter ich werde ich auch hätte ich damals zum beispiel gar nicht gedacht immer mehr das in meinem kopf kriege okay ich will doch den leuten ein bisschen was mitgeben so ich will nicht nur dieses sinnlose keine ahnung was haut drauf oder sonst was musik machen mir liegen auch finde ich wenn man jetzt rein vom feedback ausgeht diese diese deeperen sachen sage ich mal ich habe da glaube ich ein händchen für so und ja also für mich ist es auf jeden fall dass ich viel in diese richtung gehen will das ist halt immer man muss halt immer gucken wie viel man sich selber auferlegt also ich werde jetzt nicht die welt ändern mit meiner musik so und ich werde aber wenn ich aber wenn ich eingreifen darf gerne aber die welt von jemand anderem vielleicht schon verändern genau genau und und deswegen ist also ich werde mich jetzt niemals in meiner musik irgendwie beschneiden weil ich sage das und das will ich nicht machen und so aber ich werde meine musik auf jeden fall immer so nach meinem moralischen kompass setzen und wenn ich wenn ich eine meinung zu einem thema habe und denke ich kann irgendjemand mit auf meine art diese meinung verständlich klar machen und vielleicht auch seine meinung damit ins positive beeinflussen dann ist das schon viel wert glaube ich und man kriegt auch teilweise also das erzählen rapper immer oft und in interviews und so und die kriegen diese nachrichten und diese und ich denke okay aber ich habe wirklich auch nachrichten bekommen von leuten die sagen ich bin in einer voll schweren phase und ich bin du hast mir voll geholfen mit mit deiner musik aber auch mit meiner show und so ich bin jeden donnerstag am start und das hilft mir und teilweise leute die auch selbstmord gedanken hat und so was und denkst dir okay krass alter damit hätte ich nicht gerechnet also man erreicht schon leute wirklich und und das ist ich will mir nicht ich will mir nicht so sehr dieses verantwortungsding auf auf legen ja also natürlich hat man eine gewisse verantwortung aber ich will jetzt nicht sagen du musst du musst du musst es und es aber ich freue mich wenn ich es schaffe weißt du wenn ich schaffe irgendwie leute zum positiven mit meiner musik zu bewegen oder zumindest die aus ihren von ihrem problem ein bisschen abzulenken von ihrem problem ein bisschen weg zu lenken teilweise geht es zu weit mir schreiben ja leute teilweise was sie machen sollen in bestimmten situationen ja denn letztens hat mir einer geschrieben der wird von seiner ex freundin erpresst und die hat bilder von ihm und und was er machen soll und dies das und dann hat er nach meinem rat gefragt und so und ich ich meinte ihm dann keine ahnung ob es richtig war aber ich meinte ihm bro was hat die für bilder irgendwas so strafbar ist oder so so nee einfach nackt bilder mensch bro lass ich nicht erpressen und so scheiß drauf das gewinnt ja ewig weitergehen und so scheiß auf die olle scheiß auf die schlampe habe ich ihnen glaube ich gesagt und so so weißt du und also und das finde ich krass dass man denn doch so eine figur für manch einen ist das ist ja das ist ja auf eine art und weise klar du bewegst sich ja schon lange in der öffentlichkeit sage ich mal so und in gerade in berlin und so weiter seid ihr halt wenn wenn man jetzt über hip hop redet und so weiter so man weiß wer ihr seid so egal mit wie man jetzt redet dankeschön ich hoffe ich weiß nicht sieht glaube ich nach außen hin immer mehr aus der namens programm sehr du hast ja vorhin auch am anfang hast du gesagt ja mehr oder weniger berühmt am durchbrennen und so weiter und habe ich mich tatsächlich auch schon manchmal gefragt und so weiter okay warum explodieren die jungs nicht so weil die machen so echt also die machen gutes produkt aber freut mich umso mehr dass du sagst okay jetzt ist gerade so dass das tor langsam ja also es ist noch weit weg von von erfolg in die richtung dass man nur davon leben kann aber gerade wenn man jetzt auf die letzten jahre hinguckt ist es gerade auf dem peak auf jeden fall und wir versuchen natürlich alles um das weiter in die richtung geht aber bei uns hat auch immer noch der punkt dass wir es durch durch fünf teilen müssen so und auch noch mal eigentlich die person hinter der kamera auch noch mal so einen bestimmten anteil haben und deswegen aber es ist gerade auf einem guten weg ich fühle mich nicht beschweren ja ich sag mal so das ist am ende des tages auch so ein durchhalte ding und weil wie wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben nicht alle die den weg mit die bestreiten sind doch die die den weg mit dem beenden und ich würde sagen einfach nur so aus meiner rein perspektive jetzt so was ich von euch weiß und so weiter ist halt einfach ich würde auf jeden fall in dieser geschlossenen gruppe bleiben kommen was wolle und die welle gemeinsam mit schwimmen oder die welle gemeinsam beenden sollte es irgendwann der tag dafür sein weil das ist nämlich genau das sonne man ist man ist ganz oft ist man an so einer erkennt du dieses 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 video von dem typen der oben so nach einem diamanten gräbt zwei mal diamanten und der auf und unten siehst du so ist so ein millimetern diamanten bekommen sondern das ist halt das ist halt genau das worauf es ganz oft zurück führt das geduld und durchhalten auch mit der auch 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 mit der musik musste durchhalten wir sehen halt heutzutage durch social media und wird das angezeigt durch den algorithmus was uns interessiert womit wir am ehesten interagieren ganz oft sind coole sachen oft sind aber auch sachen die ich triggern und die dich abfacken weil die leute wissen du gehst darauf und vielleicht machst du sogar etwas denkst du dir wie bin ich jetzt hier hingekommen auf russische instagram gelandet und so weiter jetzt habe ich den faden verloren ja aber da sagst du was auf jeden fall erfolg ist natürlich nicht nur glück sondern es ist einfach so lange durchhalten bis das glück dich findet ja irgendwann früher oder später wird seine mussten nur zur richtigen zeit an der richtigen stelle sein und deswegen ja das ist da gab es schon mal den moment wo einer von euch und du musst natürlich jetzt nicht ins detail gehen oder namen dann aber gab es nur den moment wo einer von euch gesagt hat so ich muss die reißleine ziehen und ihr wart aber dann am start und auf jeden fall also reißleine ziehen es ist viel gesagt das mit aufhören jetzt nicht aber also sowas äußert sich dann meistens daran in einfach weniger machen und einfach weniger und dann aber wir müssen durch das macht doch alles keinen sinn und da und komm lass mich in ruhe und so und ja 100 prozent gab es gab es glaube ich bei jedem von uns schon aber wir gehen also je enger du mit jemand bist desto einen raueren umgangston hast du mit dem ja auch und deswegen wir haben schon sehr also wir lieben uns so sehr dass wir uns schon sagen können da hör mal zu ich 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 fick mich gerade also wirst du dich aufwecken so weißt du so wir sind da zusammen drin so mitgehangen mit gefangen und deswegen muss dann immer es gibt immer ein der gerade wenig ein bisschen weniger mit dem kopf da ist und einer ein bisschen mehr mit dem kopf da ist und dann gleicht sich das aus dann muss man die die weniger da sind wieder hochholen quasi und das ist das ist allgegenwärtig also jetzt eben genau das ding sondern weil gerade in so einer gruppe und das ist ja auch weißt du ich stelle es ganz gerne mit einer partnerschaft halt gleich eine freundschaft zu einem besten freund oder zu einer besten freundin kann ohne das sexuelle sage ich jetzt mal sehr intensiv halt sein dass man sich gegenseitig halt aufeinander einlassen kann nach dem motto halt wir haben alle schlechte tage wir haben alle schlechte tage wachen morgens auf und sind okay heute ist nicht mein tag und rate was es sein wird nicht dein tag die gewaltes morgens schon entschieden hat sein ist es schon in dem kopf hat ist wenn du jetzt aber jemanden hast und bei vielen leuten kann es zum beispiel auch die mutter oder der fahrer oder bruder oder schwester oder jemand sein aber es gibt so diese eine person in deinem leben auf jeden fall mindestens diese eine person die dich pusht und sagen muss so oder dir sagen kann so ey digga so steh mal auf wieder weiter vorwärts und so weiter ich glaube wenn du das ist sehr wichtig du sowas nicht hast auf irgendeine art und weise oder niemanden hast mit dem du halt irgendwie sprechen kannst dann gestaltet das hat alles natürlich auch sehr viel problematischer ja hundertprozent also deswegen ich kann nur immer wieder sagen dass ich da sehr sehr froh darüber bin was wir haben unabhängig davon habe ich natürlich auch meine eltern und mein bruder und so aber das schon das schon eine krasse sache und das da muss man einfach da muss man einfach wirklich die leute die mal schwächer sind einfach mitziehen und die wieder hoch holen und pushen und und dafür ist es ja auch da also das ist sehr wichtig wie du sagst eine sache die mich auch sehr interessiert von berliner zu berliner wie können wir den ruf unserer stadt wieder verbessern wie wir den ruf die frage ist für wen also für wen den ruf wieder verbessern wir müssen erstmal alle hipster wieder ausbürgern nein quatsch ja wie können wir den ruf unserer stadt wird ich glaube eine krasse sache die du auch angesprochen hast wenn diese bezirke wieder ein bisschen mehr alle zusammenhalten und wieder mehr diesen dieses berliner den gibt also ich kann es immer ich sehe das immer sehr aus der rep perspektive so und da war ja berlin früher das non plus ultra so und und jetzt gibt es noch hier frankfurt und nrw und 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 was nicht alles und in berlin ist man einfach viel mehr also ich mache es jetzt mal auf die web ebene einfach viel mehr so dieses untereinander zusammenhalten unterstützen und und zeigen wir sind geschlossen berlin so ja dass das wäre auf jeden fall ein weg und schon lange nicht mehr und jetzt wo du es also wo du es jetzt gerade sagst und so weiter es ist halt wahrscheinlich nirgendwo so im kammsport ist es ja ähnlich ich habe mir vorhin auch ganz kurz angerissen dass die leute nicht also zumindest zum gewissen mittlerweile glaube ich zum gewissen teil ich glaube da ein paar leute sind da gerade auf dem guten weg ich will es nichts falsches sagen sondern aber in der regel war es in berlin in den letzten 10 15 jahren so bam alle nur für sich alle keiner hilft sich gegenseitig wo ich dann immer gesagt habe oder ich mir gedacht habe so leute es ist doch glas klar wenn wir hier an einer hand ziehen ja und keiner zu gierig wird und ihr einfach ein kleines bisschen geduld hat werden wir ich meine wir sind die hauptstadt ich dachte damals immer schon so dicker ist die hauptstadt und warum haben wir den potenzial ist da warum haben wir nicht die krassen mma kämpfer des landes so weiß ich mich mit mma angefangen habe war ich so dicker wo sind die alle von frankfurt so warum sind nicht in berlin ich wollte gerade sagen ich bin da nicht so drin wie du aber berlin hängt da ein bisschen hinterher also das ist und das ist komisch weil das potenzial ist da die leute müssen da sein es gibt wir sind wie du sagst die hauptstadt wir haben genau die leute die für kampf sport da sind wir wir haben alles das was die anderen städte haben bloß noch mal größer und mehr so und da habe ich mich schon immer gefragt warum da wirklich gerade auch im europäischen oder auch internationalen raum warum da berlin nicht irgendwie so mehr auf der karte ist auf jeden fall ist was ich manchmal für ein gefühl habe oder was ich manchmal denke dass es die freiheit ist dieser stadt das ist also quasi das ist so und ich würde immer sagen so unser höchstes gut hier in berlin ist die freiheit in keiner anderen stadt ja es sei denn so jeder empfindet das anders aber für mich ist es so ich weiß auch schon vielen städten in deutschland und auch weltweit in keiner anderen stadt fühle ich mich so frei in berlin ja ich kann rund um die uhr in einem park sitzen und ja mein geber passen und kamen 24 7 irgendwo späti und es aber dann auch alles ablenkung es aber dann noch alles ablenken richtig ablenkung hier ablenkung dort du kannst alles sein du kannst alles machen und ich habe das gefühl dass dieses dieses gefühl von ich weiß das deutsche doch einzigartig von einzigartigkeit das einzigartigkeit dass das gerade hier in berlin noch viel krasser ausgeprägt wird als in jeder anderen stadt oder jedem anderen land weil das halt eben hier so krass gepusht wird so ein sei du geh du nach vorne mit deinem eigenen kopf und dies und das nennen ist und dadurch das ist halt dass so viele leute nicht mehr nach links und rechts gucken wo man sagt vielleicht könnte ich dreimal so viel geld machen wenn ich einfach zwei leute noch an die hand nehmen und nach vorne gehe da soll es jetzt nicht mal um geld gehen sondern es soll für mich persönlich ist einfach so für mich ist ein riesen spielplatz ich will da ein trainieren gehen ich will da ein trainieren gehen ich will mit euch musik machen ich will mit dem musik machen ich will mit der musik machen ist ja bei euch genauso dass da leute in groll voreinander oder gegeneinander haben nur weil der eine ein paar mehr klicks macht also das glaube ich ein guter punkt das kann so kann so gibt es die guten seiten von zu viel freiheit und vor allem auch so dieses so ich kann alles schaffen und so und gibt es auch die 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 schlechten seiten und das ist das kann sein mal irgendwas richtig schlaues wollte ich gerade sagen aber jetzt ist mir jetzt ist weg scheiße können wir cutten wenn es am ende wieder einfällt digger wir können es wieder so ach ja fotosynthese kann auf jeden fall sein ja almani ja vielen lieben dank dicker für dieses gespräch ganz kurz ich will noch einmal kurz die 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 kalt ja kalt ja gleich sache noch einmal also das ist schön wie du das in erinnerung hast so war es auch mäßig aber ich muss dazu sagen ich war nicht der der raufgegangen ist und jemand anderen gerettet hat zwar so dass die muss man fairerweise sagen es waren die jugglers mittlerweile ist alles geklärt so größte gehen raus und die hatten dann irgendwie so beleidigungen ging unsere gruppe gemacht also gegen die diese wie gesagt dieses beat kollektiv was ich was für mit denen wir da waren so und ich bin dann halt rüber so und es war damals so ich hab dann halt ich wollte es nicht auf mir sitzen lassen muss auch sagen ich habe vorher zeit gefragt mit dem wir da waren und den und ich meine alle geht nee geh nicht rüber aber ich war noch jung und ein bisschen denkst du weißt du dann bin ich rüber und hab die halt nach oben hin beleidigt und dann hat der halt ein mikrofon mich zurückbeleidigt und was ich nicht bedacht habe dicker der mikrofon in der hand wenn der mich beleidigt ist halt die ganze halle so und dann war ich so bin ich so hochgegangen auf diese bühne und ich glaube die securities dachten es gehört zur show und standen vor dem und ich dachte mir okay wenn ich dem jetzt wenn ich den rechten haken ziehe oder der steht nicht mehr auf so kann ich nicht bringen so weil wir waren da ja auch nur gäste also habe ich ihnen so ein leberhaken gegeben oder oder halt so ein haken im bauch so und dann hat der security mich wieder runter geschickt und danach habe ich gesehen und er hat ja noch weiter so beleidigt und danach habe ich gesehen ist hinter mir seid gekommen und für mich war das so damals seid war so was wie ein großer bruder mentor für uns so für mich war es damals okay jetzt ist er auch um jetzt kann ich mich hier austoben soll deswegen ist er vorgegangen ersten schlag gegeben das war für mich wichtig weil so kann ich gleich noch mal zu dass ich dann bin damit ich hinterher und dann waren aber für uns beide die anderen alle direkt da und sind hinterher hochgekommen und so also es ist schon so dass wir uns da unterstützt haben aber für mich war da wichtig warum ich der zweite war der erst hochgegangen ist weil damals war das so wir haben uns danach auch ein bisschen gestritten zeit und ich weil für ihn war das so ey das ist red bull wenn die mich hier lebenslang sperren und so dass du spielst mit meinem brot und so ich habe dir davor gesagt geh nicht da hoch und und macht da nichts oder die können uns auch verklagen für keine ahnung wie viel und deswegen war das das war damals die geschichte also ich war nicht ich war nicht ganz so der romantische retter wie du es dargestellt hast wollte ich noch mal sagen aber die anderen sind dann hinterher aber es gehört ja auch am ende des tages immer zu sich selbst und seinem ego einzugestehen wenn man fehler macht ja auf jeden fall ich habe das auch also jetzt nicht gewaltbezogen sondern aber wenn es jetzt irgendwie beleidigung von mir gefallen sind oder sowas also ich bin eigentlich ich bin tatsächlich mittlerweile mittlerweile wenn ich ein mensch der sehr schnell reflektieren kann und auch meistens schon nachdem er etwas gesagt hat sagen kann so okay jetzt habe ich gerade den bogen überspannt ich habe letztens eine situation gehabt hat einer was zu mir geschrieben und hat einfach bei mir einen knopf gedrückt und dann habe ich alle knöpfe bei ihm gedrückt als strafe weil ich komplett ausgeflippt bin so und danach in einem rest und rest laufe des tages war ich so war einer zu viel das bisschen übertrieben so und im endeffekt hast du dich damit am ende wieder selbst gepumpt aber sowas ist auch wichtig dass man oft wichtiger glaube ich als wie das vorher schon zu wissen weil so wächst oder ran und und so lernst du dich glaube ich auch selber mehr kennen und das kommt er dann zum tage noch auch was die mentalität angeht die uns ja alle verbinden und freundlich und cool zu sein auch zu den zugezogenen hipsters und eine letzte sache ich beende den podcast ganz gerne immer mit einer frage an dich und zwar wenn du jetzt jemanden hättest der mit dem hiphop anfangen will dem kampfsport anfangen will und sage ich mal noch nicht so seine clique gefunden hat vielleicht auch noch nicht das selbstbewusstsein hat was würdest du den raten zu tun oder zu denken ich wie gesagt ich würde ihm erst mal raten versuche der mensch zu sein der du willst der an deiner seite auch steht also versuch genau das zu machen und mitzubringen was du von anderen erwartest ja also versuch erst mal zu geben es ist immer erst ein geben und dann guck wer dir was zurück gibt einfach ja guck wo wo du anklang findest wo leute ähnlich denken wie du wo leute die ähnlichen ziele und werte und nicht mal ziele sogar einfach nur werte und herangehensweisen haben wie du ich finde ein ganz großes problem heutzutage bei uns ist dass die meisten einfach zu viel fordern die wollen erst mal sehen ja ja warum soll ich dem das machen was hat er denn für mich getan und so ja aber wenn jeder so denkt so dann ist dann kommen wir nicht weiter es muss irgendjemand mal den ersten schritt machen und du musst auch diesen ersten schritt oft machen und und kann es denn enttäuscht werden ja du musst es bringt auch nichts ich verstehe auch immer nicht diese leute ob es bei beziehung ist oder freuen die denn sagen ja ich habe das schon so oft gemacht und deswegen mache ich das nicht mehr macht für mich keinen sinn ich also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen okay du bist abgefuckt macht für mich aber keinen sinn weil du ja immer auf einen neuen menschen triffst ja und vielleicht entgeht ihr dadurch die chance ein einen menschen zu treffen der genauso tickt wie du ja der 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 den mehrwert bringt und und der dir eine stütze ist so weißt du und deswegen mein rat wäre auf jeden fall gib immer das was du von anderen erwartest ja und erwarte nicht zurück und guck dann von wem was zurückkommt so und und so kannst du glaube ich wenn du so durchs leben gehst machst du eigentlich nichts falsch immer guter mensch sein immer wie gesagt immer das geben was man selber haben will und dann selbst weil selbst wenn du dann enttäuscht wirst hast du trotzdem was gutes getan für keine ahnung ich bin gläubig dann hast trotzdem was gutes für gott getan zum beispiel ja wenn du jetzt nicht gläubig bist hast du trotzdem was gutes für den karma meinetwegen getan dass das ist so mein meine sache die ich mitgeben kann auch eine zeit lang mal gehabt zu diesem punkt so ich will keine neuen leute kennenlernen oder so leute die nicht aus welchen kommen kennenlernen oder dann lernst du natürlich aber doch leute kennen so meine freundin auch keine berlinerin so und cool das ist ja auch eine andere sache wenn man jetzt schon sein seine leute hat und du sagst du hast drei stabile freunde und so das heißt mehr braucht man in der regel auch nicht und natürlich hat man denn so ein bisschen ich habe alles und so ich bin ja auch ich bin ja auch so ich denke mir auch ich brauche jetzt keine neuen freunde aber man sollte sich nie verschließen weil du weißt nie was was menschen dir bringen so die welt die welt ist so groß es gibt ja viele verschiedene kulturen so viel geiles verschiedenes essen da draußen und so viele leute sind ja auch sachen zeigen können so letztens habe ich jemanden gehabt so der seit zwei jahren in berlin lebt und hat mir was neues gezeigt was schon seit 20 jahren gibt abgefahren so leute vielen dank fürs zuschauen von diesem podcast almani vielen vielen dank dass dort her gekommen ist folgt almani auf instagram almani aob und schaut euch jeden donnerstag seine almani show auf twitch an paar infos darüber 20 uhr 15 jeden donnerstag live auf twitch wir haben jede zweite woche ein gast jede andere zweite woche haben wir keinen gast wir haben mache ich mache ähnlich wie hier so einen kleinen talk wir spielen ein paar spiele wir quatschen über aktuelle themen ja so halt wie nur die late night show mäßig genau und dort ist auch erzählt wenn du amazon prime ist kannst du kostenlos dazuschalten genau wenn also du kannst man kann sowieso kostenlos gucken das kann jeder gucken man braucht sich nirgendwo anmelden einfach auf den link dann klicken ich poste den meistens meiner story davor kann jeder zugucken und wenn man denn subscriben möchte was ich von niemanden erwarte kann man das mit amazon prime umsonst machen und du kommst auf jeden fall auf jeden fall safe mit gerät mit herz mit herz leute tut mir einen gefallen lasst ein abo lasst ein bisschen liebe da unter den kommentaren damit ich weiter diese ganzen talks mit euch mit euch und für euch machen kann lasst mich wissen was ihr von dem bergarten hat und bis zum nächsten mal bis nächsten sonntag peace